Jennifer Zeyner Jeno, machst du bitte so ein neumodisches Intro, wo man das Ansteck-Mikro als Handmikro nimmt? Ich bin noch nicht Fotoshooting-fresh Ich muss mich noch fresh machen Wir machen gleich Transformation Wir machen jetzt hier, so sehe ich aus, bevor ich vor die Kamera komme Leider bin ich jetzt schon vor der Kamera Und jetzt machen wir Transformation Weil ich muss die Bohnen nachfüllen Und ich habe keinen Bock die Bohnen nachzufüllen Bei was? Aber das hört man ja gar nicht Weil ich habe ja hier mein Mikrofon Und was im Hintergrund geht, da hört man ja nichts Ja, Daniel ist Mädchen für alles Muss alles packen, stemmen Checken, richten und so weiter Wir haben aktuell keinen Mitarbeiter Wir kriegen erst ab 1.8. wieder tatkräftige Unterstützung Und wir sind ja auch ein paar Mal dieses Jahr noch unterwegs Und da ist es schon ein Segen Wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann Den man vertraut, der hier den Laden schmeißt, wenn wir nicht da sind So, und jetzt Transformation in 3, 2, 1 So, jetzt sind wir Trainings ready Ich habe mit Absicht Mir heute gut überlegt, ob ich Mascara hinmache oder nicht Ich habe es wirklich Nach den letzten 3 Mal jetzt Entschieden nicht zu tun Weil ich sehe eh nach 5 Minuten aus Wie ein Panda Trotz meinem wasserfesten Make-up Wasserfesten Mascara Keine Ahnung Der ist jetzt eigentlich auch nicht schlecht Ich brauche einen Tipp von dir dann Wasserfester Mascara Der hält, aber das Blöde ist So gut wie der hält, hält er dann auch beim Abschminken Und das ist noch schlimmer Deswegen Wir gehen so Und trainieren heute Schultern Hintere Schulter Vordere, seitliche Vielleicht ein bisschen Rust Mal schauen, wir wissen es nicht Wir sehen uns gleich wieder oben im Panther Gym Das heißt, ich mache 2-3 Sätze als Warm-up für die Linke extra dazu Bevor ich dann mit den Übungen anfange Die beide Schultern beanspruchen Was habe ich gelernt? Ich habe Kickboxen Neulich So verletzt Verletzt war ich sogar danach Denkt dran, euer Cluster ab dem ersten Satz schon zu trinken und nicht erst dann so 30, 40, 50 Minuten später die Hälfte weg zu haben, weil sonst habt ihr hinten raus nicht den Effekt dafür Wir machen weiter mit Seitheben Und dann Erinnerst du dich noch, ob wir letztes Schultertraining Seitheben am Gerät gemacht haben? Haben wir nicht Okay, dann müssen wir das heute machen Schauen wir mal Seitheben am Gerät Eigentlich, wenn das Gerät passt Eines der besten Dinge, die man für seine seitliche Schulter tun kann Weil man da wirklich gezwungen ist Den Nacken unten zu lassen Und die Arme wirklich einfach Seitlich aufzuziehen Wie geht es dir denn überhaupt nach deinem gestrigen Beintag? Gestern hatte ich Pause Vorgestrigen Beintag Bei mir kommt der Muskelkater ja immer erst am zweiten Tag Und ich merke schon gut In meinem Hintern heute Also wirklich Das hat gut gezwiebelt Wie handhabst du das denn jetzt aktuell sowieso mit Wie viele Trainingstagen, wie viele Restdays Oder machst du das auch noch Gefühl? Also die Restdays lege ich eigentlich immer, wenn ich sie brauche Und ich habe eigentlich immer fünf Trainingstage Nie sechs oder auch nie vier, sondern immer fünf Und Entscheide dann, ob ich zum Beispiel Viermal Oberkörper mache Oder nur dreimal Oberkörper mache Und zweimal Beine Je nachdem, wie meine Regeneration ist Also ob zweimal Schulter, zweimal Rücken Oder einmal Schulter, zweimal Rücken Es kommt immer darauf an Wann meine Pausentage dann sind Und wie die Regeneration ist Normalerweise greife ich ja immer hier Und Man kann optional Auch einfach ein bisschen die Griffe variieren Nur Ich komme hier nicht so gut In den Stretch rein Könnten wir hier ein bisschen was ausprobieren Ja 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 Ich spüre es auch gut Deswegen hätte es mich jetzt gewundert Weil wenn man Kennt ihr das, wenn ihr trainiert Und dann irgendwie merkt ihr so Also früher hatte ich das immer mittlerweile nicht mehr Boah, der Nacken ist zu oder so prall und voll Ist eigentlich immer ein Indiz dafür Dass man dann zu viel aus dem Nacken zieht Vor allem bei dem Gerät Ich finde es einfach brutal Wie viele beim Reverse Butterfly Die hintere Schulter so viel treffen Und den Nacken und den mittleren Rücken dann so viel Und oftmals weil Man hinten einfach zu viel zusammen geht Und eigentlich ist ja Die Bewegung wirklich nur von dem Das wollt ihr verkürzen Und mehr Ist es ja eigentlich nicht Das hier Ist dann alles halt schon wieder im Rücken Wir variieren heute eine Schulterdruckvariante In eine Andere Form Letztes Mal haben wir sie eher so ein bisschen Brustlastig auch mitgemacht Ich hatte auch Muskelkater in der Brust Ich habe sie schräg gemacht So in klein Mit Kurzhanteln Letztes Mal Dieses Mal greife ich hier eng Und Mach es am Gerät Und die Range of Motion ist ein bisschen anders Also nicht so komplett durchgestreckt Sondern immer leicht gebeugt Dass ich den vorderen Anteil hier erwische Das ist schon fast leer Das heißt Wir haben jetzt fast schon 35 Minuten trainiert Welche älte Übung ist das? Eins, zwei, drei, vier So fünf Stück sind angepeilt Und mehr gibt es nicht That's it That's it Wir machen hier an dieser Stelle Anzeige Werbung Hashtag Level Hat diese superschönen Zughilfen Seitenheben, Frontheben Hintere Schulterheben, Seiten, Schlaufen Was auch immer Der Druck ist auf eurem Handgelenk Hier habt ihr einfach nur so einen Placebogriff Damit ihr den Druck hier aufbauen könnt Ohne aber euren Unterarm zu belasten Und das habe ich am Anfang für die Seiten gemacht Und das Ganze kann man aber auch nach vorne machen Aufrechtes Rudern AK Kinn ziehen Mit Kurzhanteln Mache ich aber auch super gern mit der Langhantel Ich mag es irgendwie überhaupt nicht An der Multipresse oder am Kabelzug Keine Ahnung warum Ich glaube weil die Bewegung dann zu vorgegeben ist einfach Also In der Multipresse Wo es ja eine Schiene auf dem Körper ist Ja ja Obwohl man dann ja den Druck Schön nach oben aufbauen kann Also Aber wir wissen ja eh Dein Körper ist ein Wunderwerk Der Eine kleine verdrehte Spirale Ich mache das Ganze jetzt am Mit Kurzhanteln Obwohl ich es an der Multipresse als Argument finde Weil du musst einfach nur im Grunde dich darauf konzentrieren das hochzuziehen Und wenn du Kurzhanteln hast Dann hast du immer finde ich Dieses Halten noch mit dabei Wo eventuell noch ein bisschen an Bizeps geht Noch besser Ja weil Ich mich wirklich nur darauf konzentrieren muss aus dem Zielmuskel hochzuziehen Und bei den Kurzhanteln habe ich doch ein bisschen viel Spielraum Ab und zu ganz gut Aber jetzt so zum Ende hin Merke ich das wirklich so richtig schön aus dem seitlichen Kopf Und viele die ziehen dann auch irgendwie so nach hinten Vom 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 Hochziehen Aber wichtig ist Dass die Ellenbogen hier nach vorne Oben ziehen Ich habe damals immer gelernt Die Ellenbogen müssen der höchste Punkt sein Ja genau wie beim Seitheben auch Okay Am Ende mache ich meistens immer komische Sachen Daniel würde jetzt sagen Was machst du da eigentlich Ich würde sagen du machst ausbrennen Ja genau Ich brenne aus Ich mache hier so viele wie ein Gen Und dann nehme ich hier noch eine dieser SZ Stangen Und ziehe einfach nochmal rein Einfach nur noch Blut in die Schulter rein Genau Wollen wir uns verabschieden? Ja wir können uns verabschieden Ich mache jetzt noch einen Supersatz zum Ausbrennen Ähm Das ist der perfekte Zeitpunkt Um den Daumen hoch zu aktivieren Wenn ihr es nicht schon getan habt Ähm Ähm Bei Level Bei Better Bodies Oder bei ZNT Mit dem Coach Jenny Immer den besten Preis bekommen Und einmal dieses wundervolle Content Projekt supporten Vielen Dank an meinen lieben Kameramann Der mich diese Woche fleißig begleitet Und im Training unterstützt Ich bin raus Bis zum nächsten Mal Und danke fürs Zuschauen